damn mother trucker ja schaut mal wie weit ich hier gekommen bin innerhalb von einer stunde so machts der bro hier grüße da bin ich wieder ich hab drauf gewartet, ich weiß es, ich merk das richtig ja ich wollte eigentlich nur mal zeigen wie schnell man doch weit eigentlich hier kommen kann innerhalb einer stunde also seid ihr auch eher an die gerichtet, die dieses spiel noch nicht kennen ist klar, ich weiß ihr seid schon alle Ditzelionäre oder was kommt da, ich weiß gar nicht was danach kommt Fantastillionen, was kommt noch alles die Fantastillionen ist eigentlich eine Fantasiezahl, die gibt es ja noch gar nicht so, ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass das hier abläuft und dann will ich mal gucken inwieweit sich der Profit dann erhöht, ich habe schon ein paar neue Upgrades hier, ein paar Sachen freigeschaltet und also hier auf der Seite bin ich ein bisschen weniger zufrieden, weil es dauert einfach ewig, also bisher habe ich noch nichts irgendwie bekommen hier, was irgendwie die Geschwindigkeit mal erhöht und ja, übrigens habe ich die Musik ausgestellt, weil ich werde hier zum Healy belegt, wenn ich das noch länger höre es ist natürlich so ein bisschen jetzt, wie soll man sagen es ist so, als würde so ein Irrer die ganze Zeit Monolog führen, weil er nichts im Hintergrund läuft so, den wollte ich jetzt hier, diesen Easy Upgrader, wollte ich jetzt hier nicht kaufen für einen Angel, weil oder einen Angel, man kann es ja auch mit Deutsch sagen, so, wollte ich halt nicht kaufen, weil ich mir so dachte, weißt du, für mich ist das kein Problem dann klicke ich halt da einmal rauf, das dauert eine Sekunde, dann habe ich das so geöffnet und das muss ich jetzt ausgeben so, also behalte ich den Angel und krieg halt 2% mehr Goal Opportunities ja, irgendwann würde ich das gerne machen, okay Cash Upgrades irgendwann werde ich da hinkommen und dann werde ich das alles kaufen 6 Billionen, Quadrillionen, okay Quadro, 4 alles klar, kennt man so, eine Billion das ist also das nächste Ziel hier Quintillion das sind also 8 dann kommt nur Nullion, oder was haben die da? 9 Nullion und dann kommt Dezilion ich glaube, das meiste haben die sich ausgedacht, weil ich meine, wo hat man denn schon mal gehört dass irgendjemand eine Dezilion hat also auch bei den meisten Ländern, irgendwie der Haushalt der bewegt sich im Milliardenbereich aber nicht im Trilliarden oder so aber ich habe noch nie von gehört schonmal gar nicht im Dezilionbereich ich glaube auf der ganzen Welt gibt es vielleicht mal eine Dezilion an Bargeld oder so, das kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht hab nie nachgefragt so, jetzt ist es gleich soweit bin ich echt gespannt wie sich das auswirkt jetzt mit den Erneuerungen und so davor hatte ich es äh ne, was wollte ich jetzt sagen ich habe es vergessen Gehirnabger ausgefahren nicht dass das jetzt da unten beim Staubsauger landet weil der braucht ja schon weit über 20 Sekunden jetzt mal weiter geht da so, ich mach euch mal die Mucke an dann wirkt das nicht so gestört so, guck mal hoffentlich landet das nicht da unten beim Staubsauger dann krieg ich ja nur einen äh einmal Kohle jetzt geht es etwas schneller, ja 48 Millionen 41 Prozent mehr Profit für die Zeit ja komm, dann geben wir nochmal ein bisschen Gas gebe jetzt alles Geld aus und nochmal das ist cool, wenn man das schneller ausbauen will ja doch, das hat sich gelohnt finde ich und ich muss noch mehr ausbauen ich muss halt schneller, wenn diese Dinger anstehen mehr Kohle bekommen und ab sofort werde ich darauf achten dass da unten, da bei den Trampolins und bei den naaa das bei den Trampolins und bei den Staubsaugern dass ich dann erst draufklicke kurz bevor die fertig sind für den Fall, dass es dort landet weil ich habe ja nur schon mitbekommen, dass es zufällig irgendwo landet und wäre natürlich blöd, wenn du gerade erst Geld erhalten hast und dann 40 Sekunden später erst wieder was bekommst und die 20 Sekunden hier oben einfach ablaufen und natürlich dann ein bisschen unpassend, ne da verdient man ja nichts bei und man hat eigentlich Profit weggeschmissen ja, das wäre es erstmal hier gewesen danke fürs Zuschauen abonniert mich, ich brauche es ich muss reich werden ja, vielen Dank dann, ihr könnt hier noch ein bisschen zugucken also, ciao Leute